Ich mach mir draußen neue Spitz-Tacke. Creeper! Ja, zwei! Ja! Hallo Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Let's Battle Together Minecraft. Wie viel Schatzpulver hast du noch? Nachdem du dir deine drei Magazine gemacht hast. Zwei Magazine und null. Jetzt hast du nur noch eins als Ersatz? Ja. Ah, okay. Schade. Dann brenne ich hier gerade noch ganz schnell das... Nein! Oh no, ja, ich... Ungünstig, warte, warte, hier. Zu schön, Essen. Machst du es bitte wieder rein mit dem Holz, weil ich hab's sonst nicht. Ich hab Kohle, alles gut. Kohle, 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 Kohle. Lass doch mal mit, lass doch dann nochmal zu dem Abteil gehen, wo ich eben hier was gefunden hatte, wo wir noch nicht waren. Jawoll, das ist okay. Komm hier, hinter dir. Hinter dir, mein Junge. Du hast das Essen da nicht wieder heim getan, oder? Du hast doch das erste A. Nein, du hast das Raw-Menschen. Okay, dann gehen wir das gerade hin. Also, wir bräuchten... Ich hab nämlich einen Schatzpulver noch übrig. Wir bräuchten für eine Panzerschreck mit einem Munition halt nochmal zwei Schatzpulver. Und ich bin am überlegen, ob das wirklich Sinn macht, das zu tun. Aber eigentlich wär's schon ziemlich geil, oder? Wenn wir die Gegner mit so einer Panzerfaust killen. Definitiv. Vor allem, weil wir dann übelst den Vorteil hätten. Wie gesagt, die haben ja genau das gleiche Problem wie wir. Ja, dafür bräuchte ich aber auf jeden Fall nochmal richtig viel Eisen. Ich dachte gerade, das wäre ein Creeper, aber das ist hier nur so ein... Nee, nee, weil das wird Eisenmäßig wirklich richtig teuer. Ja, aber dann lass einfach Eisen neben parallel nochmal mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Alter, hier sind so viele Mobs. Ja, komm mal, komm hier runter. Achso, da runter wollen wir. Ja, genau. So, und hier fängs an. Also, links waren wir noch nicht, hier ist schon Eisen. Guck mal, rechts waren wir auch noch nicht. Dann, rechts ist ein Creeper. Perfekt. Ja, nein, jetzt, guck mal hier. Ganz ehrlich, in die Höhle zu gehen war echt eine gute Idee. Fuck. Der ist explodiert. Ja, weil hier, ich darf ja nicht ausleuchten, sagst du. Und jetzt beschießt mich von hinten zwei Skelette und kickt mich halt so voll auf den Zug. Ja, wenn wir halt ausleuchten, dann sind sie gleich wieder weg, ne? Das ist das Ding. Ja, ich weiß, aber ich habe jetzt schon immer halbes Leben. So. Wollt' ich ein, wollt' ich an? Kurz mal chillen. So, ich mache mit, ich habe ja nicht mal Kohle, um mir Fackeln zu machen. Scheiße. Ja, warte, ich gebe dir Kohle. Ne, ich nehme, baum jetzt nicht meine eigene, ich brauche deine Hilfe nicht. Und Holz habe ich auch nicht mehr. Ich habe gar nichts mehr. Wieso baue ich eigentlich Gold ab? Wir haben ja jetzt genug Gold. Ja, eben. Da kriege ich mich auch. Ich hoffe einfach, dass wir hier irgendwo noch, noch Dias finden. Ja, oder mehr Schwarzpulver. Beides wäre geil. Hier ist es auf jeden Fall richtig krass, da unten. Aber ich glaube, da ist eh nichts Gutes. So, dann nehme ich das Eisen hier gerade schon mal mit. Ja, ich nehme das hier oben mit. Das Ding ist, das Eisen ist useless, wenn wir kein, wenn wir nicht das genügende Schwarzpulver haben, ne? Ja, das stimmt. Oh Gott, was ist da unten los, Alter? Guck rechts in den Chat. Guck mal rechts, äh, in den Waffen-Chat. PH7221 hat... Alter, das grüne Team räumt so auf. Das ist ja abnormal. Ja, warte, ich habe ja mehr als genug Pfeile. Heiliger Bim Bam. Ich glaube echt, ähm, das grüne Team wird unser Endgegner. Naja, das Ding ist, wir müssen öfter mehr als einmal töten. So, die Skelette sind alle da und unten. Ich spring runter. Kommst du mit? Ja, ich komme mit. Was da los? Ey, und der fragt noch, was da los ist. Das ist doch sein Team mit, der den erschossen hat. Der weiß doch ganz genau, was da los ist. Das machen wir mal Pfeile für dich. Äh, komm doch mal mit. Kannst du mal hier unten hinkommen irgendwie? Ja, ich muss noch mal was essen. Ich habe Angst, hier runterzutauchen, aber ich habe das Gefühl, hier sind hier's. Ja, ich muss was essen. Nee, ist doch nichts. Eier trinken, Eier trinken. Da ist nix. Da oben läuft. What the fuck? Guck mal nach oben. Wie sieht denn das da oben aus? Achso, das läuft in so grün. Das sind diese Bärchen. Nee, und da ist auch schon Außenwelt. Ja, ja. Die sind ja gar nicht so tief unten. Das geht eh nicht so tief unten. Dann lass nochmal zurück zu dem Ofen gehen, den wir aufgestellt hatten. Ja. Oh Gott, ich versuche hier irgendwie hochzukommen. Nee, das ist nix. Wie bist du jetzt hochgegangen? Ich gehe jetzt gerade am Wasser oben hoch hier. Du, ich habe keine Ahnung. Ach, hier bin ich. Ich bin auf der gegenüberliegenden Seite. Wo sind wir denn gekommen? Ach, hier ist auch noch unerforschtes Gebiet. Dann gehe ich kurz mal hier lang, gucke, ob ich noch einen Creeper finde. Warte, ich würde dich gerne finden. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich bin gerade. Ja, das weiß ich auch nicht, wo du bist. Ich weiß aber auch nicht, wo ich bin von dem her. Ja, okay, sehr nett. Gibt es glaube ich nicht so viel, wenn du mich findest. Möchtest du die nächste Frage nochmal vorlesen? Welche nächste Frage denn? Ich weiß nicht, vielleicht haben noch andere Themen eingeschrieben. Das waren von denen, die unter dem Hashtag waren schon alle. Dann hat einer noch geschrieben Geschlechtskrankheiten. Das war es ja du, aber der hat den Hashtag nicht richtig verwendet. Hast du ein Problem mit keinen Hashtags? Ja. Wir wollen doch in die Trends. Keine Ahnung, wo ich bin. Okay. Ich merke also immer Waypoints machen, auch wenn es die ganze Mini-Wap voll spammt. Echt? Ich sehe dein Namensschild. Ja, hier unten ist noch Wasser. Nix, hast du dich gerade gesneakt? Nö. Also ja, davor schon. Alter, hier war gerade eben so ein komischer Licht, Backe. Es ist auf einmal so schlagartig hell geworden. Ich dachte, der habe ich durchgeknackt. Ne, ich sehe dich vom Namen her. Also du bist auf jeden Fall voll tief. Hier sind ein paar viele Kobolder, ja. Wie bist denn du da hingekommen, wo du bist? Weiß ich nicht. Ich bin gerade nicht irgendwie durch die Wand gebaut und habe mich wieder... Hä, wo sind wir denn hergekommen? Ich check gerade gar nichts mehr. Ich versuche hier gerade eigentlich nur Diamanten zu finden. Okay, dann baue ich mich gerade einfach runter zu dir. Also ich bin gerade unten. Hier ist überall alles voller Wasser. Ja, ich sehe dich doch mega vom Namen her. Ich baue mich jetzt mal zu dir hin. Und sneak mich dabei, sicherheitshalber. Ja, ich muss hier mal ein bisschen... Ich schwimme hier ganz ein bisschen durch die Gegend. Alternativ, wir müssen uns da keine Panzerschweck machen. Wir können uns ja notfalls doch nur eine Panzerfaust machen. Das haben ja auch schon einige... Also die hat ja einmal gesagt, die braucht nicht so viel Eisen und nicht so viel Schwarzpulver. Ich weiß halt nicht, ob die wirklich genau so stark sind. Aber das Problem ist halt, wenn man die einmal abschießt, dann droppt man die ja praktisch, ne? Ja, man droppt halt alles, ne? Also man muss sie dann wieder einsammeln. Ja, ja. Alter, so ich bin unten in diesem Wasser, wo du eben warst. Ja, ich auch. Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Sneakst du dich gerade? Ne, ich bin hier. Ich bin hinter dir in eine andere Richtung. Du bist wieder voll weit weg. Alter, nehme ich gerade mal das Eisen hier nochmal mit. Aber hier sind auch wieder keine Creeper. Keine Ahnung. Kann sein, dass die hier in der Höhle nur nachts spawnen, weil jetzt ist draußen, glaube ich, wieder Tag oder so. Ach, meines Beste. Da willst du. Ich habe dich gefunden. Ich suche halt einfach nur Diamanten, ne? Ich glaube, den Ofen da mit dem Warvention werden wir nie wiederfinden, oder? Hier ist auch keine Dias. Haben wir da noch Eisen drin in diesem Ofen? Ne, ganz wenig. Also ich glaube nur noch drei Blöcke von mir oder so. Also nicht viel. Warte, du hast nochmal Eisen. Ach, Mann. Das heißt, wir bräuchten nochmal einen Dia und dann hätten wir es. Ja. Bitte, 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 bitte. Ich gehe immer eine Runde tauchen. Ich komme mal mit. Okay, geh zurück, geh zurück. Ich kriege jetzt erstmal Damage. Ich habe Fackeln. Platz dir doch eine Fackel. Ach, das geht. Ja, natürlich geht das. Ja, ne, wusste ich nicht. Ich kannte das nicht, den Bug. What the fuck? Das kennt doch jeder. Ah, ich nicht. Alles klar. Und hier waren wir auch noch nicht. Okay, komm, das ist mir hier echt zu entdrückend. Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich will wieder, oh, wie komme ich hier wieder nach oben? Mama. Mama, ich will hier raus. Ja, wir bauen uns jetzt gleich hoch. Komm mit ans Ende dieses Ganges hier und dann bauen wir uns hoch. Na gut, dann komme ich jetzt zu dir. Ja, ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier Dias finden, ne? Das wäre cool, ja. Mein Schwert ist auch hier im Moment down. Also hier ist auf jeden Fall Lapis, Lazuli. Braucht man nicht, weg damit. Schaufel hattest du mir gegeben gehabt. Ich glaube, ich habe mein Schwert wieder eingesammelt, Alter. Lass uns nach oben bauen. Das ist ein Schwert. Das ist ein Stein, ein Schwert, weg damit. Du stehst da drauf, ich kann mich nicht hochbauen. Oh, Dominik. Ich will doch erstmal ein bisschen Deckenhöhe schaffen hier, ey. Ich fühle mich echt nicht wohl. Ach, du willst dich hochstacken. Verpiss dich! Ja, warte, dann sag das doch, dass du dich hochstacken willst. Dann stack ich mich auch hoch. Du weißt, dass das dumm ist, ne? Weil wenn über uns plötzlich Lava ist, dann... Hier wird keine Lava sein, die werden wir hören. Stimmt eigentlich auch wieder. Also... Stacken wir uns komplett an die Oberfläche? Eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich wieder in die Höhle. Tja, irgendwie stacken wir uns grad an die Oberfläche. Wobei, da ist zumindest so ein Berg. Vielleicht finden wir so einen hohlen Hügel, das wär cool. Ja, mal gucken. Alter Schwede, wie weit wir hoch müssen. So tief, guck mal, wir denken die ganze Zeit, ist es gar nicht so tief, ne? Aber wir waren schon ordentlich tief. Ne, es ist echt, weil wir jetzt in so einem Hügel sind. Guck mal auf die Map, da siehst du's. Ja, ja, klar. So, ich bin schon jetzt bei dort. Ja, ich bin oben. Spannste Folge ever. Erstmal kurz... Ey, wenn hier jetzt auch mal ein Gegner wäre, das wär's. Ja, aber hier war auf jeden Fall dann kein hohler Hügel, das wissen wir schon mal. Guck guck. Siehst mich nicht mal. So. Da oben ist wieder das Litch-Dings. Nur, wir müssen halt erst das Naga besiegen, bevor wir da rein... Bevor wir das überhaupt besiegen können, haben wir uns alle geschrieben. Achso, lol. Ach, man muss es in der richtigen Reihenfolge machen? Okay. Genau. So, dann hier in die Höhle rein? Hör, ich wär fast reingefallen. Warum sagst du denn nichts? Hä hä hä. Ich lass mal Wasser runter und rein ins Vergnügen. Oh. Oh, Schwert kaputt. Echt? Scheiße. So. Hast du noch eins? Ja, ja, klar. Okay. Ich bin links rumgegangen. Ich glaub, ist das nicht... Ich geh grad rechts rum. Hier waren wir doch schon. Ich war mal schon. Ja, aber nicht überall. Ja, Digi, ich will halt jetzt echt... Sonst spinn ich mal kurz hier runter. Ja, was willst du denn jetzt? Gar nichts. Ja, ich will wieder den Ofen mit dem Roar Fenschen. Ja, warte. Dann müssen wir... Alter, wir sind grad voll weit auseinander. Alles gut, Digi. Alles gut. Wir sind safe, Bruder. Walla, ich schwöre. Sag das nie. Wenn das Team Grün jetzt richtig viel Langeweile hat, laufen die am Rand von der Map entlang. Und rate mal, wo wir gerade sind. Oh. Oh, ich werd hier runtergefallen. Huch. Am Rand von der Map. Hä, wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich blick hier nicht mehr durch. Wenn ich jetzt vielleicht Dias finde, wirst du es mir danken. Ich bin da. Ah, schon kam. Ich bin da, wo wir eben waren. Ich wüsste dich vom Namen. Wir sind da, wo wir eben waren. Wo wir ins Wasser gesprungen sind, glaub ich. Nein, sag jetzt nicht. Wir sind schon wieder hier. Oh. Ey, ich will hier weg. Lass hier hochgehen wieder. Ja. Ich will jetzt einfach zu diesem verkackten Ofen zurück. Wo war der denn? War der hier irgendwo? Da müssen wir in die Richtung. Da müssen wir in deine Richtung jetzt. Oh. Ne, da ist es nicht. Da müssen wir hier geradeaus ziehen. Nee, warte. Nee, hier links. Hier links. Nee, da sind wir eben lang gelaufen. Klar war er nicht. Da bin ich eben lang gelaufen. Ey, hör auf. Ich will hier... Okay, lass hier bitte raus in eine andere Höhle suchen. Scheiß auf das Essen. Ja, gut. Was in dem Ofen war. Das finden wir nie wieder. Nee, ich glaube, hier ist nichts mehr in der Höhle. Lass echt eine andere suchen. Und dann gucken wir weiter. Also du hast recht. Wir gehen noch mal in so eine große. Und dann, sobald wir was ordentliches haben, würde ich sagen, suche wir mal. Ja, können wir machen. Oder wir machen uns die Skybase. Wir machen uns echt, wenn wir voll bewaffnet sind, machen wir uns noch so eine Scharfschützen-Sniper-Dinges. Und dann machen wir uns eine Skybase. Was hältst du davon? Was machst du jetzt? Kurz aufräumen. Ich habe schon wieder so viel Müll hier im Inventar. Und Leder brauchen wir, ne? Warte mal. Ja, Leder, nimm mal mit. Rottenflash würde ich mitnehmen. Wenn wir nicht im Fight sind, können wir das ja immer zwischendurch essen. Ich habe es gerade auch so gesehen weggeschmissen, aber ist nicht so schlimm. Dann lassen wir mal ein bisschen in die Richtung. Hier haben wir noch gar keinen Waypoint. Außer den vom Naga. Ja, den hast du gemacht. Ich habe keinen. Okay. Also du rennst gerade Richtung. Da ist ein Labyrinth. Das ist ein Labyrinth. Äh, nicht Labyrinth. Sorry, nicht Naga. Ja, aber warte, warte. Wenn wir jetzt zum Labyrinth gehen, dann finden wir in unsere Höhle und dann finden wir auch die Kiste wieder. Ey, echt? Ja, wir sind so weit gelaufen. Alter Schwede. Bist du hinter mir? Ja. Ne, wir sind hier runter in die Höhle gegangen. Auch direkt hier drunter. Guck, das ist das Ding, was ich vom Labyrinth meinte. Das sind so komische Blöcke. Hä, wo? Da hilft es dieses. Ach egal, scheiß drauf. Ja, komm, lass uns direkt um hier. In welche? Wo ich bin. Mein Name. Ach, da. Bist du jetzt wieder. Okay. Hier ist halt die eine Fackel. Ja, genau. Und hier ist die Fackel. Und hier müssen wir jetzt einmal rüber. Ja, ich ist ein Diffi. Ja, genau. Krass, doll. Okay, ich habe mein Benchen wieder. Alles gelootet. Oh mein Gott. Da war gar kein Eisen mehr. Dann packe ich jetzt nochmal gerade 16 Eisen rein. Vielleicht spawnen hier doch nochmal Creeper, was ich aber nicht glaube. So. Ja, es ist jetzt, wir müssen halt einfach Creeper. Soll ich mal einen Enderman killen? Ja. Hast du einen? Oder wie? Ich habe gerade einen gehört. Ja, hier ist er. Ja, soll ich dir helfen oder schaffst du das? Ich schaffe das, aber halt mir alles andere vom Leib, bitte. Äh, ja, warte. Ähm, ich glaube, der ist gerade schon gestorben. Ich habe jetzt nur noch halbes Leben. Ist er gerade gestorben? Hast du den Sound auch gemacht? Oh nein, er ist hier. Habe ich einen Enderperle. Ah, direkt eine Enderperle. Willst du die haben? Ich habe den Goldapfel, nimm du die Perle. Na gut, dann nehme ich sie. Okay, zack, zack. Hä? Habe ich die nicht? Ah, ich habe die nicht. Nee, du hast die nicht. Dann nehme ich die jetzt. Ich wollte sie doch aber so gerne. Tut mir leid, mein Freund. Vielen Dank für die Blumen. Alles klar, was wir tun. Vielen Dank, wie wir lieb von dir. Äh, hier hinten hat er glaube ich nicht. Da, 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 da. EISEN! Mir geht das Essen langsam aus. Okay. Ja, jetzt mal im Ernst. Skybase, ja oder nein? Ich bin da ganz recht flexibel, solange wir genug Sprengstoff, also hier Schwarzpulver haben. Also ich habe halt immer noch nur ein Schwarzpulver-Inventar. Und ich denke, eine Panzerschweck wäre schon cool. Ja, wir haben halt alles. Und es wird nur der verfickte Schwarzpulver, das, ja. Äh, Dominik. Ja? Ich werde hier gerade ein bisschen überrannt. Okay, ich sehe es. Ich möchte jetzt. Du Scheiße. Wir könnten halt sogar so krass enchanten, alte. Wie viele Zombies. Ja, wenn wir einen hier finden würden. Ja, oder, oder ein Creeper noch. Das wäre. Ähm, ich brauche mal neue Rüstungen. Dafür müsste das Eisen jetzt einmal drauf geben. Jo, nimm dir das aus dem Ofen, bitte. Ich mache mir einfach Goldrüstung. Ist ja auch gut, Kappa. Ne, bitte nicht. Hä? Ich habe zwölf Eisen, das wird nicht reichen. Ja, da ist doch noch so viel im Ofen. Ja, dann lass jetzt aber echt aus der Höhle hier rausgehen und eine andere suchen. Und dann nochmal rein, bisschen Schwarzpulver holen. Und dann machen wir echt eine Skywaves. Oder wir suchen Gegner. Ich weiß es nicht. Oder wir suchen Gegner und bauen uns dann vor deren Augen eine Skywaves. Wobei, dann können die uns abschießen, wenn wir uns hochbauen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Wobei, du hast ja eine Enderpelle und ich habe einen Wassereimer. So, ein bisschen MLG-Tricks üben. Kannst du mir noch drei Eisen geben? Für Stuhl. Eins, zwei, drei. Bitteschön. Mh, danke. Okay, aber das... Ja. Äh, Marcel. Ja. Lass jetzt echt raus hier. Das bringt nichts. Wir machen hier unsere ganze Rüstung, unser ganzes... Unsere ganzen Schwerter kaputt. Okay. Hier spot alles außer Creeper. Ja gut, dann nehmen wir jetzt alles mit. Ja. Zack. Und raus hier. Und... Zack. Kommst du mit? Äh, wenn du mir sagst, wo du wüsst, dann... Und ich... Okay, ich kann... Brauch... Äh, ich mach mir draußen eine neue Spitzsacke. Creeper! Ja, zwei! Ja! Geil! Okay. Aber ein Schuss ist trotzdem wenig, ne? Von der Panzerschreck? Ja, hast du recht. Äh... Ah, noch mal da! Oder... Ah... Ja, noch mal zwei! Wie viel? Wuhu! Echt, jetzt? Geh' ich dir hier. Dann sind das jetzt fünf. Dann könnten wir eigentlich zwei Panzerschre... Äh... Zwei Panzerfäuste machen, anstatt zwei Panzerschrecks. Was hältst du davon? Nur die Panzer... Fäuste, die... Die sinken, glaube ich, auch viel schneller runter. Also die... Wir machen die Panzerschreck. Wir machen die Panzerschreck. Echt? Die richtig schweren Dinger? Wir ziehen das jetzt durch. Warte. Lass doch noch mal in die Richtung laufen. Okay. Und die nächste Höhle, die wir finden, dann gehen wir wieder rein. Jawohl. Aber eigentlich ist auch schon Folgenende. Nur leider achtet da keiner drauf. Und den Typen sagt... Folg... Folg... Ne, ne. Wir sehen uns nächste Folge wieder, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.